Der Zoo hatte es wegen Corona auch nicht leicht. Wochenlang musste er geschlossen bleiben und konnte keine Einnahmen erzielen. Die Tiere mussten dennoch versorgt werden. Und nach der Wiedereröffnung durften nur 1000 Besucher gleichzeitig im Zoo sein. Dazu kam, dass Besucher aus anderen Bundesländern den Zoo nicht betreten durften, da die Einreise nach Sachsen-Anhalt nicht erlaubt war. Da sich doch eine ganze Reihe von Besuchern nicht daran hielt, führte das zu Einsätzen des Ordnungsamtes mit anschließendem Bußgeldbescheiden. Inzwischen wurde diese Beschränkung jedoch wieder aufgehoben. Kein Wunder also, dass es bei unserem Besuch ein ziemliches Gewimmel im Zoo gab, und es manchmal nicht so einfach war, filmgerecht bis zu den Tieren vorzudringen. Denn auch der Abstand zu anderen Besuchern musste ja eingehalten werden. Für den Rundgang um Afrikambo mit den Elefanten und Wildhunden hatte sich der Zoo eine Einbahnstraßenregelung einfallen lassen, an die sich auch alle Besucher hielten. Die Gaststätten waren leider alle noch geschlossen, nur der Waffe stand hinter der Zoowelle und ein Eiswagen in der Nähe der Zebras bzw. an der Villa Kunterbunt waren geöffnet. Mittlerweile wurden die meisten Einschränkungen aufgehoben. Nur die Abstands- und Hygieneregeln sollen weiterhin eingehalten werden. Dafür ist der Zoo derzeit, also Stand Redaktionsschluss, von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Für aktuelle Änderungen schauen Sie bitte auf der Homepage des Magdeburger Zoos vorbei. Und jetzt erfreuen Sie sich einfach an unseren Bildern. Musik 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 Alina 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020